Hallo Farbenfreue Freunde, ich freue mich sehr euch wiederzusehen. Heutiges Rezept ist einer von meinen Lieblingsrezepten, das oft bei uns zu Hause gemacht wird. Es geht um Zucchini Burger und ich zeige euch gleich, wie ich diese mache. Dafür brauche ich gleich zwei Zucchinis. Diese sollen dann gerieben werden. Dann gebe ich diese in eine Schüssel. Ein bisschen Petersilie dazu. Dann drei Eier. Ein bisschen Salz. Backpulver. Alles gut mischen. Mehl dazu geben. Wenn erforderlich, kann man noch ein bisschen Mehl dazu geben. Die Masse darf auf jeden Fall nicht flüssig sein. Dann in einer Pfanne mit ein bisschen Öl alles gut braten. Auf beiden Seiten. Ich serviere das oft so mit Salat und ein bisschen Joghurt. Und was kann ich noch sagen dazu? Danke für's Zuschauen. Ich sage noch Mahlzeit. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.